Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen. Zurück! Wer ruft den jetzt wehen, weil ich bin auch menschlich. Ich muss jetzt mal gucken, welchen Gegenstand lege ich den jetzt ab? Hä? Ich sehe dich. Seht das witzig aus. Danke fürs Unterbrechen. Welchen Gegenstand lege ich jetzt ab, um die Lampe mitzunehmen? Ich denke mal eher den Bogen, ne? Schild ist wichtiger. Ja, würde ich schon sagen. Schädelaternen. Ich war mal so frech und hab einfach mal ein Symbol gelegt. Ja, nur mit mir. Leucht. Okay, dann zeichne ich nicht hier, dann regt dann noch. Ja, ich war immer so frech. Ich glaube, ich nehme das Shigatana anstatt die Sense, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Skelette bluten können. Ganz ehrlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sie blutungsresistent wären. Sagen wir es mal so. Ach, GameLogic, man weiß ja nie. Ja, stimmt auch wieder. Na ja, Estos sind immer noch plus drei. Ich hab da jetzt nicht dran rumgeformelt. Ja, meine sind auch noch plus drei. Das werde ich zum nächsten Mal mal machen. Dass ich da mal wieder das hinbiege. Ja. Aber naja, ich hab 20 Stück. Das ist schon mal toll. Sag mal, leuchtet da die, die Laterne? Ja. Ich seh die nämlich gar nicht leuchten. Bei dir verändern sich auch nicht die Lichtverhältnisse, wenn ich so mach? Ne, gar nix. Ich hol mir einen runter. Nein. Egal. Wenn das bei dir so komisch aussieht, okay. Oh, Leute, aber siehst du hier so blaue Lichter rum? Ja, was ist das? Leucht. Kühlwürmchen oder sowas. Die waren... Keine Ahnung. Aber Patches. Wir reden mal mit Patches. Wir reden mal mit Patches. Geh da nicht hin. Ich wollte nur gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Ich höre irgendwas atmen. Mich? Nein. Atmen die einzelnen Charaktere mit Geräuschen? Weiß ich nicht. Patches redet. Mir sagt, da unten liegt ein Schatz. Er sagt, da liegt ein Schatz. Den hat wahrscheinlich noch keiner ge- Huch! Wirklich, das ist nicht was. Der Wichser. Was hast du erwartet? Es ist Patches. Gar nix hab ich verdient, du Arsch. Ich bin kein Kleriker, das ist Tobi. Bin ich jetzt noch oben? Das freu ich mich auch. Ja, lol! Gut, ähm, ich sammle mal auf hier, ne? Ich würde ehrlich gesagt nicht runterspringen. Könnte wehtun. Hier ist ne Schädellaterne. Lol. Könntest jetzt auch eine haben, dann. Ich weiß gar nicht, ob hier unten überhaupt Gegner sind. Ich glaube nicht. Au, ich sehe da gerade, was da geatmet hat. Ah, hier. Guck mal. Hier ist so eine junge Lady. Wenn du näher kommst. Blödes Kackvieh. Ach, verdammt, ihre Typen sind ja hier unten. Die Kleriks? Ja. Wie eigentlich schon mal erwähnt, dass ich die Synchronisation von diesem Spiel echt geil finde. Ich sehe da vorne was und irgendwie möchte es nicht umbringen, weil ich das Gefühl habe, dass es mich umbringen wird. But you know what? Yowlau. Oh. Wie liegt Norbert? Besser. Jetzt ist hier ein Skelett aufgestanden. Ne, was ist das? Das ist kein Skelett. Was ist das? Nur mehr, schreck mich doch nicht so mit dem Scheiß. Was ist das? Was ist das? Ah. Tobi, find mal den Weg hier runter, bitte. Es gibt keinen Weg nach unten, ohne dass ich runterfalle. Hab ich schon geguckt. Es gibt aber einen Weg wieder rauf. Ich hab Angst. Nein, das wollte ich nicht. Okay, man kann sie mit einer Dropdown-Attack easy killen. Ich hab irgendwie Angst. Das hab ich gehört. Was war das? Das, was mir Angst macht. Das hat mich geslappt. Was macht das? Es ist Two-Hit. Okay. Aua. Schaden. Ich hab genug Estos. Das sieht tatsächlich nicht viel aus. Aua. Ist ja noch so ein Ding. Sag mal, wo- 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 Wie komm ich denn zu dir? Oh, ich sehe ein Lagerfeuer von hier oben. Ähm, ich glaub, es kann sein, dass ich den... Oh, shit! Aua. Jetzt sind diese zwei Typen hier. Soll ich mal versuchen, runterzuspringen? Äh... In der Hoffnung, dass es mich nicht tötet? Ach shit, ich hab ja gar nicht mein Schild an. Scheiß, Satian. Oh. 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 Oh, es tötet mich tatsächlich nicht. Oh, gut. Bis da. Ey, Snarki, der ist doch direkt hier vorne. Achso. Der hat sich geheilt. Dann! Ich kann die nicht angreifen. Die sind für mich nicht visuell da. Was ist das denn für ne Kacke? So. Jetzt. Ich hab ihn. Oh, Gott, ey. Ich hab grad Muffensausen, du. So, ich leuchte mal. Ja, du leuchtest für dich. Leider nur, nicht für mich. Unbedingt dran denken, hier diesen einen Clip von Werner 2 einzublenden. Hä? Ich, ich, ich warte einfach drauf, bis du so einen geblendet hast. Eines dieser Filmszitate, dass das irgendwie nur ich im Kopf habe und niemand sonst. Darum ist mal was, Achtung. Ih, was ist das denn? Ja, davon hab ich schon fünf getötet. Oder vier. Ich hatte oben was anderes. Was hattest du denn? Oh, jetzt noch eins. Irgendwie könntest du der Gang, glaub ich. Ich mach verdammt viel Schaden bei denen. Ah. Warte, 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 warte. Lass mich mal leuchten, bitte. Okay. Ah, Leiter. Gut. Ah, okay. Mach Sachen. Achso, und die hast du nicht gefunden, oder was? Ich weiß nicht. Von oben mal, wo die ist. Ey, du sagst, du hast keinen Weg gefunden. Weil man kommt ja wieder nach oben. Achso, deswegen. Hm. Ah, okay. Das, das erklärt das. Wo genau sind wir jetzt? Da ist ein... Grub. Oh. Äh. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wow. Äh. Äh. Oder auch nicht. Oh. Warte mal, unten links war ein Bonn? Doch. Ah, hier ist. Hier ist Patches. Das Bonnfeier, wo wir herkamen, du. Red doch nochmal mit ihm. Ja. Warte. What? Sag mal. Ich kann den auch nicht angreifen, gell? Die sind für mich visuell nicht da. Was ist der denn für ein Problem? Oh, tschüss. Dein Ernst. Dropdown-Attack. Bitch. Oh, viel Menschlichkeit. Und eine Rundaxe. Geil. Ja, ich warte hier oben auf dich, gell? Aber... Das muss an meinen Klamotten liegen, oder was? Hä? Ich verstehe es nicht. Warum hat er mich als Klamaker beschimpft? Und mich direkt angegriffen? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Wenn er es bei mir nicht macht, würde ich sagen, es liegt an den Klamotten. Ja, muss ja dann. Normalerweise bittet er da einen doch um Vergebung. Und man kann dann sich entscheiden, ob man dann ihn vergibt oder nicht. Und dann kann man bei ihm einkaufen und so. In den anderen Teilen ist das ja auch so. Deswegen... What the fuck? Das ist vielleicht weiter unten, ist das, wo wir gerastet hatten. Okay, und wo geht es jetzt weiter? Oh, hey, jetzt haben wir wenig... Ähm, hier rechts, genau. Ähm, wenigstens... Genau, geh mal... Immer ein kleines Stück vor mir mit dem Schild hochgehalten, damit ich direkt... Das Vieh hier oben habe ich schon getötet. Oh, ah, Nebelwand. Oh, da wird's heller. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Die Sache ist die, der wird wahrscheinlich direkt hinter mir ein Vieh stehen, weil man hört das Atmen. Und das meinst du? Ja, nicht den Pfeilen, Mann. Kannst du immer die Pfeile abblocken, irgendwie, damit ich leuchten kann? So. Wo ist das Vieh denn? Ja, hier vor uns, direkt vor uns. Oh, das ist glänzend. Er hat meine komplette Ausdauer weggehauen. Wo kommen denn diese Pfeile hin? Okay, ich guck mal weiter, ich guck mal weiter. Das Schöne an dieser Lampen ist halt echt, man kann die Gegner vorher sehen, bevor sie einen sehen. Da ist noch so eins. Kannst du es sehen eigentlich, müsstest du es sehen können. Ja, ja, ich seh's. Uah, das ist Mistvieh. Heil dich. Ja, wenn du mich grad heilen könntest, weil dann kann ich nämlich weiter in die Pfeile, oder auch nicht. Ich heile dich aber nicht sehr viel, ne? Ja, ja. Achtung, hier geht's links und rechts runter. Mhm. Okay, da ist der Schütze, direkt vor uns. Ah, aber doch. Ach so, ich dachte, er war weiter weg. Ich sag direkt vor uns. Ah, okay. Hier liegt deine Seele, okay. Und hier ist, glaube ich, nix weiter. Oh, ich erinnere mich, hier gab's irgendwo doch so eine Stelle, wo man irgendwie ganz komisch hinspringen konnte und da gab's ein Item. Egal, das machen wir nicht. Ich werd hier nichts riskieren, ich will einfach nur durch. Aber, ähm, guck mal da unten, ich weiß nicht, ob das eine Falle sein soll. Bitte was? Weil hier unten leuchtet's, auch, auch so ein Glühwillmchen. Kommst du mal her? Ich denke mal, du weißt den Weg. Ja, also hier geht's halt lang, so. Ah, okay. Äh, warte, 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 hier gibt's Abzweigungen. Hier geht's einmal lang. Da kommt was. Oh, shit. Rück, 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 zurück, 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 zurück. Das ist ein schwarzer Ritter. In den Raum, in den Raum. Warte, 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 warte. Hier haben wir Platz. Bisschen zumindest. Nice. Holy fuck, ey. Der hat mich, der hat das Schild getroppt und einen weißen Brocken. Oh, Mann. Denk mal, der hat das Item hier vorne bewacht. Der kam überraschend. Dem hab ich echt nicht gerechnet. Ja, der hat einfach nur das Item hier bewacht. Was ist es? Ah, Moment. Knochen war im Weg. Erscheinungsschild. Wow. Toll. Alter, gut, dass ich so viel Essens hatte. Oh, und vibriert jetzt mein scheiß Phone. Ring, 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 bananaphone. Ding, dong, ding, dong, ding, bananaphone. So, da ist ein Skelethund direkt voraus. Ja, ich seh den nicht. Ach, da rechts. Oh, weil, weil rechts ist noch ein Skelett, gell? Äh. Oh, ich seh's. Shit, warte mal. Machen wir ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hätt da eine Idee. So. Ich sollte vielleicht mal ein Turmschild anlegen. Warte mal, warte, 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 nicht bewegen. Ich leg ein Turmschild an. Ich kann die Dinger jetzt tragen. Ich muss nur gucken, welches. Ah, nicht schießen jetzt! Der ging, warum geht der denn die ganze Zeit daneben? Achso, weil ich jedes Mal... Irgendwann andere? Okay, ich hab diese hier zur Auswahl. Wollen wir gucken, ist das hier? Shit, nee, das kann ich nicht tragen, das auch nicht. Fuck! Hä? Ja, kannst du, das kann ich nicht. Vierunddreißig Stärke, scheiße. Ich hab das stinknormale nicht. Das braucht nämlich nur dreißig. Also kann ich angreifen. Ah, ja, mach. Wenn du mal treffen würdest. Hab ich doch grad. Der ist nicht getroffen. Ach, ich hab dem 213 HP abgezogen. Echt? Ja. Wie ist der da? Er ist jetzt daneben geflogen. Warte, ich muss mal mich anders positionieren, sodass... Bogen draufschießen? Ach, Quatsch. Sag mal, du Kackvieh! Jetzt hast du's getroffen! Jetzt hat er auch Aggro. Hä? Ich hab den vorhin schon getroffen. Achtung. Guck. Nein, vorher hat's aber keinen Schaden gemacht. Die sind immer dran vorbeigegangen. Hä? Achtung, der Hund, der Hund, der Hund. Äh, so. Schlag, 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 schlag. Komm schon! Okay, ich leucht, ich leucht, ich leucht. Okay. Ähm, wir können hier lang. Es sind mehrere Wege irgendwie grad. Ja, unten ist noch was. Ja, guck mal nicht nach unten, sondern... Wir klappern jetzt einfach mal die Wege ab, würde ich sagen. Oh, Bonfire. Ja, schön. Okay. Sollen wir das nutzen? Ach, Quatsch. Komm. Ja, dann müsste ich halt wieder zurücklaufen. Das ist halt... Blöd. Ah, da ist dieses Item, was, äh, wo Eddie irgendwie so komisch hinspringen, äh, tat. Ja, das ist richtig behindert. Da muss man hier so einen Prison Stone legen, damit man den richtigen Absprung, äh, Moment zu fassen kriegt, um dann halt quasi hier draufzuspringen. Das ist ganz merkwürdig. Ah, das machen wir nicht. So, ne, wir gehen einfach runter. Hier fliegt ein Knochen durch die Gegend. Hier ist noch so ein Hund irgendwo. Wer am Stehen? Da vorne sitzt einer. Er hat ein Item. Ich hör irgendwas laufen die ganze Zeit. Ja, ich auch. Das ist aber noch eine Ebene unter uns. Ja, weißer Brocken. Muss, glaub ich, sogar noch ein Leuchtfeuer kommen, was noch dichter ist. Aber da ist direkt... Achtung! Jo. Ist er links da? Jo, ich hab ihm mal ein Visiert. Okay, gut. Dann geh mal vor. Denn es ist noch einer. Ich seh ihn schon. Diese Silhouette. Oh, direkt den nächsten anvisiert. Da sind drei insgesamt. Achtung! Also einen haben wir schon gekillt. Der zweite ist direkt vor dir. Und der dritte kommt wahrscheinlich auch gleich. Direkt ein Stück zurück. Okay. Hau. So. Wo ist der dritte? Noch weiter hier, ähm. Ich hab eben noch seine Silhouette gesehen. Bisschen weiter links. Hab ihn schon anvisiert. Und er ist direkt vor mir. Okay. Da! Achtung! Ich seh nichts. Okay. Sehr nice. Das ist Teamwork. Äh, okay, warte. Ich guck mich hier eben um. Jo. Hab hier irgendwas... Da gibt's irgendwie weiter. Gibt's hier auch weiter? Ist das nur ein Knochen? Nee. Abgrund. So. Okay, dann... Wir müssten auch beide in so einen Außenbereich kommen. In so einen kleinen... Äh. Ab... Fliegt dieser scheiß Brustkorb lang. Hier geht's noch weiter runter. Ich weiß, aber hier ist noch irgendwas. Okay. Ah, der ist auch Ritterseele wieder. Gibt ganz schön viele von den Dingern hier. Okay, okay. Hier geht's wohl weiter. Eine Leiter. Eine Leiter. Achtung. Und ansonsten ist hier Abgrund. Ja, dann halt nur hier die Leiter. Ah, da ist der Außenbereich. Siehst du, ähm... Wenn du da guckst, da siehst du diese Höhle, die da reingeht. Das da war vorher die Barriere, wo wir nicht durchkamen. Sag mal, ist das hier der Aschesee? Jetzt, wo du's erwähnst. Krass. Das ist ja geil. Das ist mir noch nie aufgefallen. So, da würd ich mal sagen, hier die Leiter runter, oder? Ja. Und da kommt halt diese Höhle, wo, ähm, ja. Und dann ist es auch nicht mehr so weit zum Boss, glaub ich. Okay. Ich hab noch... Ich hab noch 13 Estus. Oh Gott, das muss reichen. Gravelord. Ich glaube, auch da vorne ist irgendwo ein Crystal Lizard. Ja, wahrscheinlich irgendwann da links unten, oder? Ich brauch aber eigentlich keiner mehr, oder? Ach doch, ich kann meine Rüstung nochmal ausschauen. Ja, vielleicht. Ich seh aber nix. Nee, hier ist nix. Ist der echt gar nicht... Ja, warte, hier, hier ist er. Jetzt ist er weg. Oh. Da unten kommt er. Okay. Warte mal, ich versuch mal Feuersturm. Ähm, genau an die, äh, hier an die Ecke. Genau. Ja, du sollst ihn natürlich ablocken, sodass ich casten kann. Wow, der Wichser. Viel Spaß. Ich... Das war eigentlich mein Plan, ihn runterzuschmeißen übrigens. Ich bin tot. Er hat mich runtergeschmissen. Ja, ich wollte ihn... Ich wollte ihn runterschmeißen mit dem Feuersturm. Du solltest ihn direkt an der... An der Ecke ablocken, sodass ich den Feuersturm casten kann. Ja, da war ich wohl zu vorschnell. Okay. Ah, ich muss mich wieder menschlich machen. Verdammt jetzt, den ganzen Weg, den wir gekehrt haben. Ach, das ist doch nicht weit. Ähm, ich... Wie viel brauche ich denn? Ich weiß nicht, ob ich das Feuer kriege. Oh, okay. Ich glaube, ich power's noch einmal auf. Mach das. Zwölf sind mir gerade ein bisschen zu wenig. Warum auch mal zwölf? Wird mal, hä? Ach so, das sind die... Die 20 Cheat-Estos, die ich nicht benutzen darf. Ja, komm. Das ist schon witzig. Fuck. Warum eigentlich zwölf? Ja, weil die übrig geblieben sind? Echt, behält man die? Wenn man stirbt, ja. So, cool. Na, komm schon. Die hat halt ne Mega-Keule. Hast du nicht, hast du nicht irgendwie die, diese, dieses, ähm, Wrath of the Gods oder so? Das ist dieses Wunder, was so einen krassen Knockback macht? Wrath of the Gods? Oder Schockwelle oder irgendwas? Was? Es gibt doch diesen Knockback-Wunder. Ne, hab ich nicht. Die sind perfekt für die Stelle. Ich hab den Krabes für's Schwert-Tanz, Sonnenlicht-Schwert, Sonnenlicht-Sperr, großer Blitz-Sperr, normale Blitz-Sperr, Schweigegelübde, versteckte Zauber-Barriere, Heilung, Säure-Flut, Feuer-Flut und große Zauber-Waffe. Das bringt's alles nicht. Ich habe leider kein Knockback für dich. Wär natürlich geil, ja. Weil ich, ohne Turmschild kann ich den nicht hinken. Ähm, der haut mit seiner Keule einfach durch. Ich kann dich auch nicht parieren.